Hey Leute, Babsi, eine Runde auf mich, denn ich habe etwas Bahnbrechendes erfunden. Ich habe Winterschuhe erfunden. Die gibt es schon immer. Ja, aber nicht diese. Angenommen, jetzt kommt hier plötzlich eine Eiszeit herein. Ihr werdet alle ausrutschen, aber ich nicht, denn ich habe diese Streugutschuhe erfunden. Ich brauche nur an dieser Kappe drehen und schon kommt Salz heraus und dann rutsche ich nicht mehr auf dem Eisbelag aus. So, so. Ja, und diese Erfindung wird so Bahnbrechend sein, dass ich wirtschaftlich die Weltherrschaft an mich reißen kann.